Da! Da ist einer! Das gibt's doch nicht! Da ist ein verdammter Krieger! Bringt ihn um! Bringt ihn um! Bringt ihm um! Und verzehrt sein Fleisch! Solange es noch frisch ist! Ganz genau! Der ist schneller! Hast du das gesehen? Scheiße! Aber da kommt gleich Wasser! Nicht genug Ressourcen! Für was? Um meine Leute aufzurüsten! Ich brauche 60 Eisen! Wieso habe ich kein Eisen? Was soll denn? Weil du kein Eisen abbrauchst? Ich baue kein Eisen ab! Scheiße! Ich baue kein Eisen ab! So, dann wollen wir mal! Mist, wo laufen jetzt meine Leute hin? Oh Gott! Bleibt doch hier mal stehen! Irgendwo! Verstreuen sich hier! Es lädt und es lädt! Hm? Warte! Das Auto safe? Ne, das Auto safe ist schon vorbei! Achso! Wo ist denn dieser komische Feind hier nicht? Dass der jetzt gleich zu mir kommt? Ne, der ist irgendwo nach unten abgehauen! Das ist schön! Finde ich nicht! Er könnte zurückkommen! Dann müssen wir einen... Baut einen Turm! Dann brauchen wir... Ja, hast du das schon! Müssen wir eine Burgmauer bauen! Einen Turm reicht irgendwie nicht! Braucht man schon mindestens 10 und 12? Ab welcher Epoche kann man denn Mauern bauen? Ich glaube, ab der nächsten! Das wäre gut! Ab der Steinzeit! Das wäre ganz gut! Ab der Steinzeit! Ich habe gerade herausgefunden, was der Vorteil von Stadtzentren ist! Was denn? Man kann Bürger bauen! Und aufsteigen! Naja, in Siedlung kannst du das nicht! In stichs normalen Siedlungen! Was sagen denn die Punkte? Null! Null? Alle haben null Punkte, außer ich! Wo sieht man denn die Punkte? Bam, 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 bam! Ich bin der der Steinzeit! Was? Was ist das gemacht? Achso, ich bin übrigens aufgestiegen! Was zur Hölle? Oh, nicht schon wieder! Das war doch letztes Mal schon genauso! Ich hänge schon wieder hinterher! Aber ich kann immer noch keine Mauer bauen! Ich kann jetzt ein Dock bauen! Bist du irgendwie schon wieder auf Nahrung gegangen oder so? Wie, was? Mit deiner Zivilisation auf Nahrung sammeln? Nein! Ich auch nicht! Aber ich kann keine... ...keine Dingensbumens bauen! Keine... Oh, das ist schlecht! Dingensbumens sind immer wichtig! Das ist allerdings... Hm, das wird uns einen Nachteil verschaffen! Ich habe keine Ahnung, wie man jetzt eine Stadtmauer braucht! Wird auf jeden Fall nicht angezeigt! Vielleicht doch erst im nächsten... ...Leben! Das ist doof! Ich will eine Stadtmauer! Ist der Turm fertig? Meine Gehilfen! Meine Untertanen! Tatsächlich! Gut, dann bauen wir doch noch 10! Ich glaube, ich steige nicht auf, weil ich ständig immer mehr Burger baue! Das mag sein! Ich habe aber gerade auch nicht wirklich viel Nahrung! Ich habe nur noch 100 Nahrung! Mehr Türme! Mehr Türme! Für die glorreiche... ...Pinke Nation! Die Pinke Nation! Der Fröhlichkeit! Und der Regenbogen! Dallas! Dallas! Was sagt er mir? Salat! Mein Hafen ist fertig! Fisch! Fischerfloß! Kriegsfloß! Torstenhafen! Ach! Bisschen viel, ne? Hast du irgendwie noch eine andere Nahrungsquelle außer Giraffen? Ich bin hauptsächlich auf Giraffen! Ich auch! Bei mir gehen die Giraffen aus! Na, guck da oben! Bei mir ist noch ganz viel! Oh, hier ist noch eine Familie! Ganz frisch geboren! Die können wir auch noch gleich totknüppeln! Hm! Hm, Kriegsschiff bauen! Was ist für Holz? Egal! Bauen wir noch ein Kriegsschiff! Ich will jetzt aufsteigen! Was muss ich machen zum Aufsteigen? Das heißt, du wirst jetzt unsere Seemacht bilden? Öh, könnte man sagen! Schön! Ich lehne mich hier zurück und verkrieche mich hier hinten im Hinterland! Ja, mach das! Du verteidigst uns schon! Dann erzähl mir doch mal, wie ich jetzt aufsteigen kann! Du guckst in dein Copy-Tool rein! Da steht nichts! Dann hoferst du über Epoche und dann steht das da! Da steht nicht Epoche, ist weg! Dann musst du erst Gebäude bauen! Was für Gebäude denn? Bau einfach alles! Oh! Bau einfach alles! Mein Kriegsschiff ist fertig! Tötet alle Giraffen! Oh Gott, zieht das an! Wie sie sich die Mäuler vollstopfen! An die 10 Millionen Leute sitzen hier mindestens an diese Rheingarafe! Das gibt's ja nicht! Die wilde Tiere zerflettern sie sich! Ich hab hier mal ein paar Türme gebaut! Zu unserer Allerbesten! Und so! Ich kann einen Bogenschießstand noch bauen! Oh, jetzt hab ich kein Holz mehr! Das ist ja scheiße! Wo ist meine Armee? Die speichere ich mir mal ab! Weißt du, wie man Armeegruppen oder Einheitengruppen abspeichert? Das ist ziemlich nützlich! Wenn du alle markierst und dann unten auf eins dieser freien Fläche... Also, irgendwie ist da eine People weg! Das ist ziemlich nützlich! Oh shit, mein Hund wird angegriffen! Oh shit, ich hab Israel gefunden! Eins der Israels! Nein! Lassi! Lassi! Da, 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 da... Ach da! Ja, gesehen! Da, 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 da... Da, da... Oh, sie wird zu einem Geist! Oh! Sie schwindet dahin! Lassi! Ich hab' das gelbe Israel gefunden! Ist das irgendwo am anderen Ende der Welt? Am Orsch der Welt! Ich brauche mehr Gold! Ich glaub', ich send' mal meinen Lord of the Dance auf ne kleine Tour! Ne Dance-Tour! Gucken, ob er da hinkommt! Ich send' ihn einfach mal los! Also, ich hab' schon genug Eisen! Ich brauch' nur noch Nahrungsmittel und Gold! Wo ist er denn? Er dance grad' genau durch dein Land! Seine Tour verläuft grad' durch dein Land! Wow! Deine Bürger kreischen vor Freude! Noch da! Ja, ja... Schmeißen ihre Unterhosen auf die Bühne! Hast du ne Bühne? Ich seh' keine... Verlieren ihre Jungfräulichkeit an den Lord of the Dance! Mhm, 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 mhm... Da, 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 da... Da, 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 da... Na, kommt, Leute! Er geht auf... Baut doch mehr Nahrung und Gold! Was macht der denn hier? Steht hier einfach drumrum... Achso, das ist deiner! Na, na gut! Wo steht man da... Ich muss dir melden, deine Bürger sind faul, ja, und... Wo? Und jetzt, jetzt, jetzt macht sie sich an die Arbeit! Jetzt, wo ich's dir gerade sagen wollte... Aha, 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 aha... Das gibt's ja nicht! Die faule Socke! Das gibt's nicht! Hat er sonst noch die ganze Zeit rumgestanden und sich das Gold angeklotcht? Das gibt's doch nicht! Oh Gott, meine Giraffen sind... Hier sind grad 20 Millionen Bürger mindestens an einer Giraffe! Wat, wo? Ein absolut geniales Bild! Ich seh's nicht! Ach da, oh! Zehn Leute holen sich alle einen runter und die anderen drei gucken zu! Wundervoll! Das waren noch Zeiten, die Vorzeit, als man noch solch simple, simple Aktionen hatte, um sich zu unterhalten! Na, sowas von... Die Gruppenhorn anieren! Was für simple Zeiten! Ja, das, das war doch noch was! Okay, jetzt zerflettert mal alles schön zusammen, weiter die Giraffe da und... Und dann müssen wir verhungern, schätze ich! Oh nein! Vielleicht können wir Lassie noch essen, wenn wir die wieder finden! Nee, die ist zerfetzt in Stücke! Lassie! Nein! Na, wo ist er? Da, 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 da... Er danzt grad so durch die Steppen dieser Welt! Ach so, ich seh's grad! Ist nur leider verdammt langsam! Hm-hm! Das kann auch dauern! Vielleicht irgendwann in 20 Parts oder so... Der 20. Part, so sag ich jetzt voraus! Schaltet wieder ein, Leute, zum 20. Part dieser Let's Play-Serie, wenn der Lord of the Dance die gelben Israelis erreicht, da drüben! um eine riesige dance party veranstaltet so was man jetzt ich warte ich habe keine nahrungsquellen mehr das ist die geoffen sind dort umsteht dann eine giraffe durch eine große ausgerottet ja die sind nicht mehr hier er steht da noch die sind keine mehr bei mir doch direkt bei dir oben ja gut dann müssen wir erstmal dahin wandern ich habe noch alles voller elefanten eine völkerwanderung unternehmen ich habe auch noch ein fischerboot oh ich habe genug ressourcen fällt mir dazu auf da habe ich gar nicht drauf geachtet aber fischen dauert ganz schön lange oder? was geht ein adler fliegt über dein gebiet ich glaube er spioniert dich aus ich baue nochmal ein Floß das ist eine vorzeitliche drohne ja der adler ja ähm achso du stehst hier noch davor ne? oh shit die gelben israelis sind eine armee die ist auf dem weg zu dir da ist eine armee auf dem weg zu dir der lord of the dance hat sie gerade entdeckt was? da latscht ne armee in deine richtung ne gelbe armee ich seh nur seinen Tänzer den ganz mhm der ist ganz in der nähe von dir da kommt noch mehr oh shit oh shit oh shit aber die drehen gerade wieder um da steck sie mit malaria an lord of the dance mach so flatt komm zurück ihr penner das problem ist ich hab nur zwei truppen ich hab nur zwei truppen und ein türmchen ich hab vier ich baue schon die ganze zeit türme oh ich bin in der steinzeit oh shit jetzt kommt rot auch noch an nein geh weg mit deinem knüppel aber die so der lord of the dance hat dir nix getan oh der rosan ist hier auch noch ah er wird schneller er holt auf er holt auf oh nein oh god er haut ihm auf den arsch aber er will nicht hä was ist hier los der lord of the dance ist so berühmt so beliebt dass ihn niemand angreifen will schnell lord of the dance versteck dich unter den elefanten ich muss jetzt so tun als wärst du einer von ihnen hier sind ein paar jungfräuliche jungfrauen ein paar weibchen vielleicht können wir für die ein konzert geben ein paar unterhöschen sammeln oh shit hier sitzen schon wieder zehntausend an einer Giraffe was bei dir? hier liegt eine Giraffe mitten auf dem Eisenfeld einfach mal so rum oh chillt da ein bisschen die hauen jetzt ihre Hacke da mitten drauf und versauen das ganze Eisen das ganze Eisen mit Blut getränkt vielleicht denken sie das macht die Waffen dann später stärker oder so natürlich so jetzt muss ich doch mal hier irgendwas machen baut doch mal einen Hafen baut ein Boot ja das bringt nämlich so ein bisschen Fische Werkzeuge mit Stiel baut Pickaxes warte wo gibt's Werkzeuge mit Stiel ich hab auch ein Werkzeug mit Stiel oh Gott mehr Leute mehr Bürger mehr Bürger mehr Bürger mehr Uga Ugas mit nackten Oberkörper und in rosa Tütü das braucht das Land jetzt solche Leute braucht das Land so Lord of the Dance der Weg ist frei tanz dich weiter durch das Oh ja ich glaube da kommt der Rote da kommt der Rote irgendwo ist noch ein gelber Mio unterwegs die waren glaube ich bei dem Roten die sind gleich bei mir oh shit ja da ist jemand in der Nähe von deinem Hund wo ist mein Hund überhaupt auch da ja genau genau da da ist gerade so ein roter Punkt aufgetaucht ich glaube er war da ich such mal ich glaube ich sollte mich besser verteidigen roter Punkt ist bei mir aber er will glaube ich nicht zu mir du nicht du baust einen Turm dein Turm greift den Roten an welcher welcher Turm dein Turm oh da nice 175 Stein das mache ich ich gehe auf Reichweite ich verbessere meine Türme also er dreht irgendwie wieder um oder so die kann ich jetzt noch zusätzlich Sperrträger kaufen mache ich das doch mal ich baue mir hier noch eine zweite Armee auf oder ich vergrößere die Armee seid ihr Vollpfosten kommt mal her hier jetzt kommt er Königreich Israel ist auch rosa ach ne das ist ein bisschen das ist alles das ist alles ach so ne das ist kein rosa das ist rosa ich hab pink ja der hat es mich ich bin die pinke bedrohen verwechsel das ja nicht ne 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 mach ich schon nicht ja nicht mein Boot verfolgt ihn jetzt übel über Land oder was ja die ziehen das Boot hinter sich her ja uns sind schon wieder die Giraffen ausgegangen nicht mehr viel die große Krise der internationalen Giraffenknappheit oh ja bei mir sind die Giraffen auch am Ende jetzt gehe ich zu den Elefanten über Dann mache ich mal mit Dann klatsch mir jetzt hier so eine Silung mitten in deinen Elefanten Dein ganzer Mein riesiger Pulk von Nahrungssammlern Da unten steht so ein Bürger rum am Wasser bei deinem Turm Und macht nix Ich weiß, die bauen jetzt noch mehr Türme Aber ich baue jetzt einfach Fischerboote Dann sammeln die mir einfach die Nahrung Und ein Kriegsboot Ja, aber Fischen finde ich dauert zu lange Ja, aber es bringt was auch Oh, das mag sein Ja, ja Das mag sein Ja, ja Bau doch mal ein Haus Haben wir das auch mal gebaut Fischerboot Haben wir hier überhaupt Fische? Wahrscheinlich habe ich jetzt meinen Hafen mitten in so einen kleinen Teich gesetzt Statt in den Meer Lass mal gucken Bitte nicht Hier müssen irgendwo Fische sein Komm schon Hier müssen da irgendwo Fische sein Fisch einfach diese Seerosen hier Ja, die sind so schön Seerosensalat Keine Fische Ach komm schon Das gibt's doch jetzt nicht Hier müssen noch Fische sein Oh Keine Fische Das gibt's doch nicht Komm schon Fisch Ich will Fisch Jetzt habe ich drei Schifferboote gebaut Fischerboote Schifferfische Fischerschiffe Und sie bringen mir nix Hallo Oh, ich wollte schon Tefe Dings, äh, Minecraft Tippen Ähm Was macht ihr denn hier faulen Säcke? Gar nix Oh, da meine stehen auch rum Für die nächste Stufe brauche ich mehr Nahrung Gold habe ich genug Eisen Wie, du hast schon 800 Gold? Ich habe 1600 Gold Waaat? Ja Wo hast du so viel Gold her? Ich bin scheißerei Ich habe zwei Goldminen Habe ich irgendwelche Bürger, die nix tun? Du tust nix, du Vordersack Oh, Eisen ab Oder Nahrung Da liegt immer noch so eine halbtote Giraffe rum Aber die kann ich nicht mehr abbauen Was macht ihr Vollhosties denn jetzt hier? Ihr baut Holz ab, ihr Vollidioten Das gibt's doch nicht Kollektive Blödheit, das war echt Jetzt geht doch nicht wieder zurück dahin Kill die Elefanten Wir haben aber bald ein Nahrungsproblem Nehmt unseren Verbündeten die gesamte Nahrungsquille Danke Oh, komm schon, du brauchst doch nicht so viel Nahrung Nein, 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 nein Guck dir an, wie viele Bürger ich hier habe Die Was sag ich dir? Ich habe 30 Ich habe so viele Möder zu stopfen Ich habe so viele Möder zu stopfen Untertitelung des ZDF, 2020